Und noch für Angela Merkel vielleicht noch eine Botschaft. Ich habe heute Morgen aus reinem Witz, wo hat man mir was geschickt, über Facebook, Spiegel. Lese ich ja sonst nicht, ist ja mehr so ein Gag, ist ja mad für Leute ohne Humor. Und da hat sich Angela Merkel, wurde gepostet, eine Geschichte, wo Angela Merkel in der Tagesschau, glaube ich, gesagt hat, jetzt muss ich mal vorstellen, sie hat Konditionen gegenüber dem neuen amerikanischen Präsidenten formuliert. Unter diesen Konditionen wäre sie bereit für eine Zusammenarbeit. Auf der Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, eine enge Zusammenarbeit an. Da muss ich mir vorstellen. Und zwar sind das Konditionen, wie Demokratie auszusehen hat. Also die Frau, die neulich noch im Erika war, die noch gar nicht so lange aus der ehemaligen DDR raus ist, die ja bestimmt nicht als Oppositionelle aufgefallen ist, genau wie Gauck nicht und so. Die stellt sich hin und sagt dann, sie würde unter diesen Konditionen, die sie dann nennt, würde sie dem amerikanischen Präsidenten eine Zusammenarbeit anbieten. Angela, ich sag jetzt mal Angela, du bist ein Vasall. Du kannst dem amerikanischen Präsidenten keine Bedingungen stellen, unter denen du Zusammenarbeit anbietest. Wenn der so macht, bist du auch wieder raus aus dem Amt. Ich meine, dass du im Amt bist, das hast du ja zu verdanken, dass in Washington jemand gesagt hat, die können wir nehmen. Und wenn der so macht, bist du wieder weg. Auf dich kommt es überhaupt nicht an. Verstehst du? Du bist ein Vasall, der gar nichts zu sagen hat. Und das ausgerechnet du, ja, ich meine, mit deiner Vergangenheit, der ältesten Demokratie, Konditionen, unter denen du bereit bist, der Zusammenarbeit, das ist völliger Schwachsinn, das ist völliger Hybris. Das ist wie wenn Erich Honecker zu Gorbatschow gesagt hat, unter den Konditionen macht er ihm ein Angebot. Verstehst du? Deutschland ist das kleinere Land. Verstehst du? Wir haben nicht die Amerikaner gegründet, sondern die gibt es schon vor uns. Und ohne den Zusammenbruch der DDR und deiner Aufnahme im Westen, würdest du gar nicht auf dem Posten sitzen. Das musst du doch wissen. Hast du das wirklich vergessen? Frag doch mal deinen Berater. Ja, da ist irgendwas komplett schief gelaufen. Und für alle, die es nicht verstanden haben, es geht nicht darum, was Donald Trump im Vorfeld gesagt hat. Darum geht es nicht. In einer Mediendemokratie, wo es nur darum geht, was jemand von sich, wie das Erscheinungsbild ist und ob er laut aufschlägt, geht es nur darum, im Kopf derjenigen zu bleiben. Ja, nach dem Motto, den kenne ich. Also gibt es nur zwei Möglichkeiten. Kenne ich Clinton? Mag ich die? Nee. Oder, weil ich kenne auch ihren Mann und das ganze Establishment drumherum, wer den Wahlkampf finanziert hat, das ist ja alles Mafia. Ja, so? Mit welchen Konditionen? Also was soll danach auch passieren? Ich meine, wenn Saudi-Arabien 10 oder 20 Millionen Dollar investiert, dann wollen die was dafür haben oder ist das selbstlos? Natürlich ist es nicht selbstlos. Also, will ich Clinton? Ja, also wieder die Klintens, die darüber reden, dass der Herr Trump sexuell komisch ist. Aber das mit Bill Clinton und Monika Lewinsky, das ist schon an sich ein Joke. Okay. Oder aber möchte ich Donald Trump, von dem ich eins weiß, dass er gar keine politische Vergangenheit hat. Und wenn ich mich für den entscheide, also wenn ich mich für Dieter Bohlen entscheide, dann nicht, weil Dieter Bohlen so geil ist, sondern weil ich so verzweifelt bin, dass ich alles wählen würde, nur um den loszuwerben. Und das, Angela Merkel, solltest du auch verstehen. Auch ich würde Dieter Bohlen wählen, nur um dich loszuwerben. Dich und die SPD und die Grünen und die Linken. Weil ihr seid so durch. Ihr seid so verlogen. Ihr seid so im Establishment. Und zwar durch die Bank. Ihr seid vollkommen unwählbar. Und das ist meine Botschaft an den Deutschen, der das sieht. Erkenne die Zeichen der Zeit. Das, was wir damals hatten, Glasnost, Perestroika, der Zusammenbruch der UdSSR, das erleben wir jetzt zeitversetzt in den Vereinigten Staaten. Denn das ist ja die große Leistung des Kapitalismus. Er bringt sich selbst zum Scheitern, obwohl es die UdSSR gar nicht mehr gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Er braucht gar keinen Feind, um zerstört zu werden. Er zerstört sich selbst, weil er so vollkommen beschränkt ist. Und wenn das den Amerikanern gelingen sollte, dieser dynamischen Demokratie, dann gelingt uns das auch. Das ist der Befreiungsstaat global. Die Amerikaner haben es vorgemacht. Und Angela, wenn die Amerikaner das vormachen, dann müssen wir das nachmachen. Das ist ja völlig klar. Weil alles, was aus Amerika kommt, ist echt super. Und wenn Donald Trump, ein Underdog, uns den Auftrag quasi über Bande erteilt, gegen das Establishment zu wählen, was bedeutet das dann für dich? Dass du raus bist aus der Nummer. So sicher, wie du dich gefühlst oder für 2017 fühlst, hat sich auch Hillary Clinton gefühlt. Bist du nicht. Und ich appelliere an jeden, bitte, geh entweder gar nicht zur Wahl oder wer irgendeinen X-Außenseiter. Ich würde Dieter Bohlen persönlich nachher noch anrufen, ob er sich nicht aufstellen lässt. Oder Matt Matlock oder irgendjemanden. Hauptsache dich nicht. Weil du bist so unglaubwürdig und deine Frau von der Leyen, ihr seid so unglaubwürdig. Ihr seid eine Gefahr, weil ihr gar kein Gehirn habt, was ihr benutzen könnt. Und das ist ein Tag, ich habe ja heute eine Flasche Champagner gewonnen, weil ich habe ja darauf gewettet, dass es so kommen wird. Warum? Weil mein Job ist ja, nicht nur die Zeiten der Zeit zu erkennen, sondern sie eben auszusprechen. Und das tun ja die vielen Kollegen von Anne Will bis Maybrit Ilnau, wie die anderen Manga-Stecker, Maischberger heißt ja eben nicht. Ich habe euer Schauspielerinnen zur Wahlkampf, zur Wahl gesehen. Das war ja auch technisch. So schlecht. Guckt ihr das eigentlich selber? Das kann man gar nicht schlechter machen. Ich meine, wir haben gerade mit 1Live, mit Kenneth M Live bewiesen, wie es anders geht. Ich weiß gar nicht, für was ihr eure 8 Milliarden bekommt. Ihr könnt es ja auch technisch nicht. Ihr stammelt dorthin. Und dann duzt ihr euch auch noch dumm. Seid ihr verrückt geworden? Als Markensoziologe kann ich euch nur sagen, ihr solltet doch wenigstens den Schein wahren, dass es seriös ist. Auch das könnt ihr nicht mehr. Und das ist einfach so unfassbar schlecht, dass der heutige Tag ein guter Tag ist. Denn was ist die große Angst von euch und euren Finanzierern, dem militärisch-industriellen Komplex? Dass jetzt kein neuer Krieg stattfinden kann, an dem ihr alle satt verdienen könnt. Denn der Mann, Trump, hat in seiner ersten Rede gesagt, er ist bereit mit jedem zu reden. Das heißt, dann redet er auch mit den Russen? Dann redet er möglicherweise auch mit den Indern? Dann redet er mit den Afrikanern? Dann redet er mit den Chinesen? Dann redet er mit Brasilien? Dann redet er mit dem Iran? Dann redet er ja praktisch fast mit allen Menschen. Statt auf alle Menschen erstmal zu sagen, wenn ihr nicht nach unserer Pfeife tanzt, dann werfen wir Bomben auf euch. Das ist ein ganz verrückter Vogel. Und ihr hättet lieber die andere Seite gehabt? Die erstmal sagt, schießen und dann fragen. Das ist das, was ihr uns geraten habt. Wir mögen ziemlich blöd sein. Aber so blöd sind wir nicht. Wir waren noch nie so blöd. Und dass wir das in dieser Art und Weise äußern können, das ist das Ergebnis, das Resultat von dieser Kiste hier. Von diesem Internet. Das habt ihr geplant, um uns zu überwachen. Aber ihr habt euch selbst ein Bein gestellt. Und deswegen ist heute ein guter Tag. Und deswegen mein Tipp an die Regierung und diese Presse, diese Regierungspresse. An eurer Stelle würde ich ganz schnell jetzt meine Koffer packen und mich irgendwo hin verziehen. Sich in Grund und Boden zu schämen, das reicht nicht mehr. Wer heute noch in den Laden geht und die FAZ kauft oder den Spiegel kauft oder die TAZ kauft, der heute noch ARD und ZDF anmacht, um zu gucken, was dort ist, der sucht auch heute im Netz noch nach der alten Ausgabe der aktuellen Kamera, um sich schlau zu machen über die Gegenwart. Freunde, heute ist ein guter Tag. Und wie gesagt, ich hatte es wirklich sehr, sehr eilig, das hier in diese Kamera hinein zu spitten. Das musste raus. Denn als ich heute Morgen das gehört habe, ich habe in der halben Nacht wach gelegen und sah, dass ich diese Prognose so abzeichne, wie ich mir das gewünscht habe, da habe ich gedacht, ja, endlich stehe ich mal hinter einem amerikanischen Präsidenten. Denn was der Vorgänger geleistet hat, Barack Obama, das ist ja wohl die allergrößte Enttäuschung, die es je gegeben hat. Es war ein geschickter Schachzug, jemand mit dunkler Hautfarbe ins Amt zu hieven, damit er eine noch schlimmere Politik macht als George W. Bush. Und das ist ja auch die große Leistung von Barack Obama und diesen ganzen Werbekampagnen, Schwierentheater. Unter Barack Obama sind mehr Schwarze hinter Gittern als während der Zeit zur Hochzeit der Sklaverei. Und das ist euer Mann? Das zeigt, wie ihr tickt, okay? Wir sind nicht im selben Boot, ja? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, obwohl die Titanic noch nicht auf Eis gelaufen ist, in die Boote zu gehen, euch ganz schnell vom Acker zu machen, so wie damals Captain Bay wegzurudern. Eure Zeit ist abgelaufen. Und das ist doch gut so. Heute ist ein wirklich guter Tag für die Demokratie. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden. Demokratie, Freiheit, den Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung. Auf der Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, eine enge Zusammenarbeit an. Die Partnerschaft mit den USA ist und bleibt ein Grundstein der deutschen Außenpolitik, damit wir die großen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen können. Das Streben nach wirtschaftlichem und sozialem Wohlergehen, das Bemühen um eine vorausschauende Klimapolitik, den Kampf gegen Terrorismus, Armut, Hunger und Krankheiten, den Einsatz für Frieden und Freiheit in Deutschland, in Europa und in der Welt. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Auf der Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, eine enge Zusammenarbeit an. Die Partnerschaft mit den USA ist und bleibt ein Grundstein der deutschen Außenpolitik, damit wir die großen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen können. Das Streben nach wirtschaftlichem und sozialem Wohlergehen, das Bemühen um eine vorausschauende Klimapolitik, den Kampf gegen Terrorismus, Armut, Hunger und Krankheiten, den Einsatz für Frieden und Freiheit in Deutschland, in Europa und in der Welt. Ich danke Ihnen.